Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt 30D mit einer Rückschau auf die Kalenderwoche 17 und dem Ausblick für die Kalenderwoche 18. Bedeutend oder erstaunlich war schon der Larry Kudlow am Freitag. Bekanntlich wuchs das BIP der USA im ersten Quartal um 3,2%, was Herr Kudlow als Blowout-Number bezeichnete und er sagte, dass sich die gegenwärtige Wirtschaft der USA in einem Wohlstandszyklus befände, der an Fahrt gewinnt und nicht an Fahrt verliert und außerdem würde die Inflationsrate immer weiter und weiter sinken. Und ja, Herr Kudlow ist der Director of National Economic Council von Präsident Donald Trump und er sagte, wir laufen auf allen Zylindern, die Inflationsrate sinkt und die Federal Reserve muss sich das anschauen und er erwartet, dass es eine Zinssenkung gebe und außerdem QE. Das ist natürlich irgendwie schon starker Tobak. Die US-Wirtschaft brummt auf allen Zylindern, die Inflationsrate sinkt und er sagt, wir müssen mehr Geld in den Laden pumpen und die Zinsen senken. Schauen wir mal, was da kommt. Gut, der DAX hat am Freitag bei 12.315 geschlossen. Das ist gegenüber dem Vorwochenschluss ein Zuwachs von 92 Punkten. Die Differenz seit Monatsanfang 789 Punkte plus oder 6,85% und das bedeutet seit Jahresbeginn ein Zuwachs von 16,6%. Das Ganze natürlich, na natürlich ist es nicht, aber fast natürlich, weiterhin unter geringen Umsätzen, aber ja, wie wir uns das schon seit vielen, vielen Wochen anschauen, stört das offensichtlich noch niemanden. Wir müssen mal schauen, wie weit das trägt. Der kommende Monat, also zumindest bis Monatsmitte, dürfte interessant werden. Ich will jetzt nicht diese alte Weisheit, sell in May and go away, zu sehr strapazieren, aber es gibt zumindest einige Warnzeichen. Und zwar aus DAX-Sicht als auch aus US-Sicht. Gucken wir uns zunächst mal den DAX an im 5-Minuten-Chart. Das war im Grunde so die letzte Woche. Nachdem DAX diese 5 Marken geschmeidig unter geringsten Umsätzen durchlaufen hat, hat er dann am Mittwoch, gegen Mittag war das, die Mob-Marke 12.330 angelaufen. Das ist bekanntlich das 31.8 Retracement der Strecke Allzeithoch zum Dezember-Tief und mithin immer, ja, genannt eben auch der Bären letzte Ausfahrt, die also da tätig werden müssen. Und wie wir sehen, macht der DAX so ein bisschen den Zampano und nach diesem ersten kleinen Versuch, der abgewürgt wurde, ging es hier zunächst nicht weiter. Ich habe ja im letzten Ausblick schon gesagt, diese Zone hier ist für mich eigentlich die entscheidende. Sie besteht eben aus dem 81er Retracement der großen Strecke. Wir haben hier, das ist aus der Analogie 2008-2018, das alte Allzeithoch aus 2015, die 12.391, dürfte meiner Meinung nach eine Rolle spielen. Und wir haben hier vier Punkte höher, eben auch das Ziel des Broadening Tops aus dem H4. Hier, das wollte ich im letzten Ausblick zeigen, habe es vergessen, ich mache es gleich. Und auf der Oberseite haben wir dann noch das Doppeltop vom 21. und 27. September 2018 bei 12.458. Das gucken wir uns etwas später noch im Tageschart an. Jetzt nur mal, damit ich das Vergessene aufholen kann, schauen wir uns kurz noch das Broadening Top im H4 an. Das habe ich vor einigen Wochen gezeigt. Da waren wir irgendwo hier unten, glaube ich. Ja, das ist eben 1, 2, 3, 4, 5. Bei 11.961 aktivierte sich das Ganze und daraus ergab sich ein erstes Ziel bei 12.126. Das ist mittlerweile erreicht und überschritten. Und die größte innere Höhe dieses Broadening Tops beträgt 660 Punkte. Und das große Ziel wird dadurch gemessen, dass man diese 660 Punkte mit 66% multipliziert. Und da kommen wir zum Ziel 12.395. Und das liegt eben nur vier Punkte oberhalb des Allzeithoch aus 2015, was ich soeben gezeigt habe. Ja, und hier sehen wir eben auch die 12.330. Hier oben das Allzeithoch. Hier unten das Dezembertief. Und insofern kommt also, sofern das hier überschritten würde, also sofern wir über 12.395 laufen, haben wir nicht mehr so viel an Widerständen, zeige ich auch gleich im Tageschart. Die nächste größere Marke aus Fibonacci-Sicht, aus dieser großen Strecke hier, wäre dann eben die 12.814. Der Stundenchart H4 zeigt seit tief im Dezember 10.279 einen blitzsauberen Kanal, dessen Oberseite jetzt am Mittwoch war das, glaube ich, jawoll, angelaufen wurde. Und wir müssen jetzt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das kann sich natürlich hier an der Oberseite weiter entlang schlängeln. Es kann auch, wie es hier passiert ist, einen Kleindämpfer geben. Das waren so um und bei 200 Punkte. Und nochmal einen weiteren mit Anlauf an die Oberseite und dann erst eine Korrektur. Natürlich ist es auch möglich, dass wenn diese eben gezeigte 128 Punkte hohe Widerstandszone durchschlagen wird, dass es tatsächlich einen nochmal beschleunigenden Ausbruch aus diesem Kanal gibt. Und als dritte Möglichkeit besteht natürlich auch die Variante, dass wir ausgehend von dem am Mittwoch gemachten Hoch 12.350, also 20 Punkte, über die Mob-Marke 61.8 Retracement gelaufen ist, dass wir von hier aus runterlaufen und die kleinstmögliche Korrektur machen. Das wäre das 23er Retracement im Bereich 11.860. Und auch das ist nicht ausgeschlossen. Das würde hier zum Beispiel, das wäre der 13.05. hervorragend passen. Und, schauen wir uns im Tageschart noch an, hier unten liegt ja noch ein offenes Gap. Also eigentlich wäre es nicht verkehrt, wenn DAX sich mal bequemen würde, die kleinstmögliche Korrektur seit Dezember zu machen und dann vielleicht noch ein kleiner Unterschießer das Gap zumacht und dann erneut nach oben läuft. Wenn wir diesen Kanal jetzt mal etwas abstrahieren. Wir beobachten ja seit einiger Zeit im Stundenchart H2 und im Stundenchart H3 zwei Wolfowaves. Ich will auf eine nochmal eingehen und um die zu zeigen, muss ich mal hier an die 1 gehen. Das ist ja schon beschriftet, hier ist der Punkt 3 und die mache ich jetzt mal etwas deutlicher. Und ich nehme mal den Kanal zur Seite und ziehe jetzt von hier eine weitere Linie. Und dann haben wir eine wunderschöne Wolfowave, mögliche Wolfowave. 1, 2, 3, 4, 5, Ausbruch, Rückversicherung an dieser oberen Keiltrendlinie und ein Überschießer an der 5. Und dieser Überschießer an der 5 ist insofern ganz interessant. Die Ausbruchshöhe, wenn wir das jetzt mal hier ansetzen, das ist also durchaus noch im legitimen Bereich. Würde DAX sich jetzt deutlich nach oben verabschieden, also die Mobzone, die 128 Punkte hohe, nach oben verlassen. Ja, dann muss man eben schauen, diese Wolfowave endet technisch erst Mitte Mai. Und ja, bis dahin ist eben noch viel Zeit. Die Ziellinie aktuell in der kommenden Woche so um und bei im Bereich 11.200. Und ja, ob das was wird, müssen wir schauen, kann ich natürlich nicht wissen. Aber diese Wolfowave ist da und insofern, ich lege jetzt mal den Kanal wieder rein, damit das deutlich wird, muss sich DAX eben entscheiden, ob er hier eine Wolfowave abarbeitet oder im Kanal bleibt. Also, beides ist möglich, das hängt letztlich auch zu gewissen Teilen von der Großwetterlage in den USA ab. Aber, ja, ich sage mal, diese Wolfowave oder auch die Kanalvariante, dass er hier die kleine Konsolidierung, Konsolidierung nach 23.6 oder auch zum Gap Close macht, möglicherweise sogar runterläuft zum 38er, denn hier haben wir ebenfalls noch ein Gap. Das müssen wir abwarten. Aber, sofern das eben passiert, 12.315 und ein Marsch an die untere Ziellinie dieser Wolfowave bei 11.180 oder im Bereich 11.200, das wäre schon eine willkommene Abwechslung, will ich es mal nennen. Wir schauen dann in den Tageschart, dort sehen wir die Varianten eigentlich nochmal eingezeichnet. Wir haben hier einen schönen, dreiwelligen Anstieg gesehen, das waren jeweils Korrekturen von um und bei 500 Punkten. Ja, und wir sind jetzt zwar über diese Box leicht hinausgeschossen, aber wie wir sehen, hier ist die 12.330, also das 61er, dann kommt das schon benannte Allzeithoch aus 2015. Dann haben wir das 23 Retracement aus dem Wochenchart bei 12.440. Und wir haben hier die beiden Doppeltops, die ich genannt habe. Das ist hier einmal der 21. September gewesen und der 27. September jeweils im Hoch nur mit einem Punkt Unterschied und danach ging es also deutlich abwärts. Insofern dürfte das hier noch Gewicht haben. Hilfsweise könnte man vielleicht noch hier dieses Hoch nehmen vom 28. August, da muss ich mal den Preis noch mit anzeigen, bei 12.597. Ja, und wenn sich hier Geschichte wiederholt, so ein Überschießer, der ist ja noch nicht so bedeutend. Also wenn wir hier so ein Rechteck mal nehmen und würden das jetzt an das Hoch hier ansetzen, was hier auch zur 3.50 recht gut passt, dann würde eigentlich, wenn es hier eine weitere Welle abwärts gibt, würden wir tatsächlich den Dreifachboden bei 11.850 testen. Und unterhalb haben wir das schon benannte Gap, offene Gap bei 11.754. Das wären eben nochmal so 100 Punkte, die ja nach unten laufen könnte. Ja, insofern entweder eine Abwärtsbewegung oder es gibt tatsächlich den Ausbruch aus dieser Widerstandszone, die 128 Punkte hoch ist. Was eine Variante wäre, Leute, die mit SKS ab und zu handeln, werden das schon gesehen haben. Wir haben hier dieser Dreifachboden, das ist eine mögliche Nackenlinie einer SKS. Wir haben hier eine kleine Schulter, der Kurs steigt an und sofern wir eben nicht hier nach oben ausbrechen, ist es durchaus vorstellbar, dass wenn wir nochmal so eine 500 Punkte Korrektur machen, hier unten auf den Dreifachboden aufsetzen, einen weiteren Versuch nach oben zu kommen, in Höhe dieser kleinen Schulter oder auch ein Stück höher und dann nochmal herunterlaufen und eine deutlich tiefere Korrektur eingeleitet wird. Das jetzt mal im Hinblick auf Sell and May and Go Away müssen wir abwarten. Auf jeden Fall oberhalb 12.440, 12.458 könnte deutlich mehr Dynamik hereinkommen. Ja und dann hätten wir tatsächlich erst hier im Bereich 12.600 und 12.800 wieder Marken an, die wir uns halten können, denn dazwischen ist nichts. Ja, müssen wir schauen, ob dieses Volumen reinkommt oder nicht. Wir haben hier dieses Golden Cross gehabt, das heißt die 50 SMA im Tageschart, die rote, hat die grüne Bullish von unten gekreuzt und insofern gibt es hier im Chart nichts Bärisches im Moment, außer dass ich eben sage, es ist eigentlich mal wieder fällig ein wenig zu konsolidieren und vielleicht auch dann mal ein paar Marktteilnehmer und da gibt es ja auch viele große, die noch nicht investiert sind, abzuholen. Denn man kann natürlich so einen Index unter kleinsten Umsätzen immer höher treiben und versuchen die großen Marktteilnehmer, die an der Seitenlinie stehen, irgendwann zu zwingen einzusteigen und das wird möglicherweise dann passieren, wenn diese Widerstandszone gebrochen wird, dass dann wirklich auch die großen an der Seitenlinie sagen, nee, komm, Moment, jetzt sind wir über das 61er rüber und das möglicherweise auch auf Wochenschluss, wir müssen jetzt einsteigen, weil es geht jetzt in Richtung Allzeithoch. Ich sage mal, dieses Einsteigen der großen Marktteilnehmer, die noch an der Seitenlinie stehen, würde denen sicherlich einfacher fallen, wenn es hier mal eine deutliche Korrektur gäbe. In dem Zusammenhang schauen wir uns noch mal kurz den Wochenchart an. Das habe ich schon zwei-, dreimal angesprochen. Wir haben ja hier das bedeutende Tief aus 2016 gehabt, 8.696 zum Allzeithoch. Dann sehen wir, das ist ja hier im Januar gewesen, 2018, seitdem sehen wir eine Abwärtsbewegung, die zum Dezember-Tief geführt hat und ich sage dir in den letzten beiden Ausblicken, wenn es hier einen sauberen Ausbruch gibt und danach sieht es im Moment aus, dann könnte sich dieses Gebilde als Bullenflagge herausstellen. Also Anstieg, Bullenflagge, nächster Anstieg. Und das würde tatsächlich auf der Zeitebene in den November 2020 fallen und irgendwo im Bereich 15.200 liegen das Ziel. Aber ich habe hier mal die 12.391, also das Hoche aus 2015 reingenommen. Das ist eben eine Marke, beginnend mit dem 61.8 Retracement 12.330 muss es eben hier dann tatsächlich deutlich drüber und das auf, wir sind im Wochenchart, auf Wochenclose. Ob das gelingt oder ob es hier einen Rücksetzer gibt, vielleicht nochmal an diese mögliche Flacken-Oberseite, auch das müssen wir abwarten. Die Bullen werden möglicherweise der Meinung sein, dass wir es hier mit einem Aufwärtskanal zu tun haben. Der hätte hier zwar 2016 am Tief einen kleinen Unterschießer gehabt, aber wir hätten hier, kleine Sekunde, das muss ich nochmal gerade ziehen, so, wir hätten hier einen Auflagepunkt, oben Auflagepunkt, unten Auflagepunkt, fast einen, einen weiteren Auflagepunkt, noch einen, also wir hatten oben schon mal drei und unten hätten wir eins, zwei, drei, also das könnte man als Aufwärtstrendkanal sehen und das würde dann eben auch bedeuten, dass hier, sofern sich dieser Ausbruch fortsetzt, wir über die Zeit tatsächlich an die Oberseite dieses Kanals laufen können. Ja, und wenn ich das mal so auf der Zeitebene betrachte, dann würden wir zumindest mal deutlich über das Allzeithoch laufen. Aber, das sind ja jetzt technische Sichten, die wir haben, Möglichkeiten, ob das Ganze dann auch tatsächlich so passieren wird, weil die Wirtschaftszahlen hier in der Eurozone, die sind eben nicht berauschend und alles, was im Moment den Markt berauschen kann, das sind eben die Nullzinsen von Herrn Draghi und möglicherweise ein weiteres LTHO-Programm im Bereich 750 bis, also 750 Milliarden bis eine Billion, das wird zumindest gemunkelt und wenn das natürlich irgendwann jetzt bekannt wird, er will ja die Details erst im Juni bekannt geben, aber der ist nicht mehr weit weg. Das heißt, gehen hier weitere 750 Milliarden oder gar eine Billion an die Banken in Euroland, ja, Herrgott, wer will sich dagegen wehren? Und aus USA, ich habe ja eingangs schon gesagt, was Herr Kudlow so an Vorstellungen hat und wenn Herr Powell diesen Vorstellungen folgt und die Zinsen senkt und möglicherweise auch noch ein weiteres QE-Programm auflegt, ja, dann wird diese Rallye möglicherweise irgendwann im Geld ersaufen, aber dann eben noch nicht hier, sondern dann vielleicht deutlich höher. Und aus diesem Grund werfen wir noch kurz einen Blick in den Monatschart, schon vor Monaten gezeigt, weil es eben ein Monatschart ist, aber zur Erinnerung nochmal. Wir haben hier einen großen möglichen Keil in Rot, der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also mindestens 9 Auflagepunkte. Da ist der DAX ja nicht durchgekommen, das ist hier das Allzeithoch gewesen. Davor eben die 12.391, die ich auch schon angesprochen habe, aus 2015. Und auf der Unterseite haben wir zwei Auflagepunkte. Das ist übrigens ein logarithmischer Chart, wer sich das in seinem Trading oder Chartprogramm anschauen will. Und wir haben innerhalb dieses großen roten Keils einen weiteren blauen Keil, der ebenfalls 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Auflagepunkte hat. Das heißt, hier oben ist er ja nicht mehr rangekommen. Dieses Herausfallen aus dem kleineren blauen Keil hat möglicherweise Bedeutung, denn wir sehen, dass hier an der Unterseite immer wieder nach oben gezuckt wurde. Dann ging es nach unten. Ja, und wir haben in der kommenden Woche bereits Monatswechsel. Das heißt, im Mai verläuft die Unterseite dieses blauen Keils bei 13.400 und die Oberseite des großen roten Keils bei 13.880. Damit wären wir dann im Grunde schon bei einem neuen Allzeithoch. Ob es dann gelingt, aus diesem roten Keil auszubrechen, insofern es so hoch geht, muss man sehen. Also eigentlich wäre, wenn wir zumindest der Keiltheorie folgen, irgendwann mal die Unterseite dieses Keils dran. Aber die liegt eben deutlich tiefer. Also die würde sich im Mai irgendwo im Bereich 8440 bewegen. Und dann kommen wir tatsächlich dieser Dekadenlinie hier nahe. Und ja, sehe ich im Moment nicht, dann muss schon wirklich irgendetwas ganz Gewichtiges passieren. Kommen wir also nochmal kurz auf den M5-Chart zurück. Das sind hier die Marken in der kommenden Woche. 12.330, 12.391, 12.458. Geht DAX dort mit Schmackes drüber, dann ist der Markt eben einfach bestätigt long und dann kann es wirklich gut sein, dass Druck reinkommt. Wird er irgendwo innerhalb dieser Zone oder auch schon hier unten nach unten abgewiesen, dann bitte an den Chart denken, den ich hier gezeigt habe, den Tageschart. Dann können wir durchaus mal so eine 500-Punkte-Korrektur einlegen, wie wir das zuvor auch schon getan haben. Gut, jetzt haben wir über Keile gesprochen. Da möchte ich mal kurz etwas aus Twitter zeigen. Diese Keilformationen finden wir fast überall in allen Indizes. Und die Keile, die sind auf der einen Seite eben bullish, aber Keile brechen irgendwann auch. Und die Frage ist eben auch hier im S&P, geht es aus diesem Keil nach oben heraus oder fällt er? Da hat der Northman-Trader zum Beispiel hier im Bereich Nasdaq, seit einigen Wochen macht er da schon, diesen Keil aufgezeigt und die Folgen und diesen Keil. Und das ist jetzt natürlich keine Behauptung von ihm, dass es nun fallen muss, denn Märkte sind irrational. Aber wir sind hier zum Beispiel im RSI extrem überverkauft. Und der nächste Chart zeigt das nochmal ein bisschen deutlicher, was hier in der Nasdaq passierte. Dieser, ja das ist ja schon fast eine Fahnenstange. Und gleiches basteln wir aktuell hier. Und Nasdaq eben auch, wenn wir uns den RSI nochmal in Erinnerung rufen, wir haben also eine fette bärische Divergenz. Das heißt, wir haben hier eine steigende Linie und der RSI macht diese Bewegung nicht mit. Das kann natürlich sein, dass wenn dieser Sturmlauf der Nasdaq weiterläuft, dann kann es natürlich sein, dass der RSI hier wirklich bullisch eindreht und mit Verzögerung dann ebenfalls ein neues Hoch bildet. Aber auch im Öl ein Keil. Und das fand ich eigentlich ganz passend, dieses Bild. Das ist zwar hier auf den Dow Jones gemünzt, aber es passt im Grunde auch zu allen anderen Indizes, wenn es eben so hoch geht. Dieser Markt ist unglaublich. Es geht nur noch aufwärts und kein Ende in Sicht. Und ich kann neue hoch sehen. Ja und irgendwann macht es dann mal den hier. Und das hat sich in der letzten Woche, wo wir ja Earnings hatten, zum Beispiel bei UPS gezeigt. Keil-Formation. Und dann gab es eins auf die Birne. Das hat sich auch bei Entel gezeigt. Keil-Formation. Das hat sich eben auch bei 3M gezeigt. Keil-Formation und raus dort. Und so lösen sich also zumindest 80% der Keile tatsächlich irgendwann auf. Und die können natürlich bis zum Apex-Punkt, also dort, wo sich diese beiden Linien kreuzen, kann das wunderbar ansteigen und teilweise sogar auch nochmal einen Ausbruchsversuch geben. Aber ich sage es mal so. Egal, ob man eine Aktie hat oder einen Index tradet, wenn irgendetwas wirklich in einem Keil läuft, dann sollte man aufpassen und nicht zu glückselig werden. Schauen wir auf die Ergebnisse im Dow Jones. Das war nicht so toll diese Woche. Der hat nämlich mit 16 Punkten Minus gegenüber dem Vorwochenschlusskurs 26.559 den Handel beendet, also minus 0,06%. Und der hat auch nur auf Monatssicht bislang, also in Anführungsstrichen nur, 2,37% zugelegt oder 614 Punkte. Und seit seinem Tief in 2018 oder beziehungsweise zum Jahreswechsel hat er bislang 13,79% gemacht. Natürlich deutlich mehr seit Tiefdezember, aber das ist hier praktisch der Schlusskurs im Dezember bis heute. Ja, und da kann man sich nochmal kurz den Vergleich anschauen. Das ist also der DAX in 2019 16,66% zugelegt, der Dow Jones 13,97%. Auf Wochenschluss hat der DAX 0,76% zugelegt, der Dow hat ein kleines Minus gemacht von 0,06% und auf Monatssicht hat der DAX gigantische 6,85% gemacht oder plus 789 Punkte und der Dow Jones eben 2,37% und 614 Punkte. Schauen wir mal kurz in den S&P hinein. Da haben wir ja ein Broadening Top, also neben dieser Keilformation, die wir hier sehen können, untere Trendlinie, obere Trendlinie und wir haben zusätzlich zu diesem Broadening Top noch eine mögliche ISKS, die habe ich ja auch bereits in den anderen Ausblicken gezeigt. Ja, 2941 Allzeithoch und die 2940, noch irgendwas hat er am Freitag als hoch gemacht. Das heißt, er steht an seinem Allzeithoch und solange er da nicht drüber ist, besteht hier Doppeltop-Gefahr. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, weil es sieht ja so dynamisch aus, aber Fakt ist eben einfach, dass ein hoher Prozentsatz an Doppeltops dann auch tatsächlich Doppeltops werden, weil es da nämlich zunächst einmal eine Korrektur gibt. Das kann ich ja hier nicht vorhersagen, ich bin kein Wahrsager, aber solange der S&P also nicht ausbricht. Er hätte hier noch das erste Ziel dieser ISKS-Formation, also Schulter, Kopf, Schulter bei 2968, aber dann steht ihm irgendwann auch die obere Trendlinie, dieses Broadening Tops im Wege. Die wird in der kommenden Woche beginnend so bei 3000 verlaufen, also bei 3000, 3004 und sollte er es tatsächlich schaffen, aus diesem Broadening Top auszubrechen, dann würden deutlich höhere Ziele wahrscheinlich werden. Zunächst einmal die Extensionen dieser Strecke, dieser Abwärtsstrecke, bei 3080, die 123, die 138 bei 3166 und die 161 Extension bei 3305 und die gemessene Ausbruchstrecke des Broadening Tops, das hat 650 Punkte Höhe, vom Tief zum Hoch, mit 66% multipliziert, ergibt eine Bewegung von 429 Punkten und ich habe sie jetzt mal hier an die 3000 angelegt, das würde dann ein Ziel bei 3429 ergeben. Also geht es hier drüber und geht es auch über die obere Trendlinie des Broadening Tops, ja dann bricht der Wahnsinn aus oder könnte der Wahnsinn ausbrechen, weil dann vielleicht eben auch, wie ich vorhin schon sagte, große Marktteilnehmer, die eben noch an der Seitenlinie stehen, das nicht verpassen oder verpeilen wollen und dann eben einfach einsteigen. Ebenso gut ist es natürlich möglich, ich vermute einfach mal, dass diese Herren auch miteinander sprechen, möglich ist natürlich auch zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt tatsächlich eine Short-Attacke von gewichtigen Marktteilnehmern, die einfach mal draufhauen und dann vielleicht ein kleines Kräftemessen mit den Bullen, sprich auch mit den Zentralbanken machen, um eben einfach hier vielleicht auch eine kleine Stop-Loss-Welle auszulösen, denn die Leute, die also früh eingestiegen sind, die dürften mittlerweile satt im Plus sein und entsprechend sensibel auf Kursverluste reagieren. Der Dow Jones im Tageschart ist noch nicht an seinem Allzeithoch, das liegt ja bei 26.952, aber er hat diese Mob-Zone durchbrochen, das waren ja hier, habe ich ja in der letzten Woche drüber gesprochen, lustige Kerzen, er ist dann hier nochmal ein bisschen angestiegen, dann gab es hier am Donnerstag, Donnerstag war das genau, gab es nochmal einen Rücksetzer, fast bis auf diese Mob-Linie 26.277, also das Hochhaus November, aber auch hier haben wir einen Golden Cross, die rote 50 SMA hat hier sauber gestürzt, sauber gestürzt und insofern, wenn es nochmal einen Rücksetzer gibt, dann wird es ganz spannend sein, ob die 50 SMA, die wird am Montag im Bereich 26.024 verlaufen, ob die hält und ansonsten ist es eben diese Zone, die entscheidend ist. Aber, das am Donnerstag ist zunächst einmal ein Statement gewesen, kräftiges Gap Down, aber nicht die 26.277 verletzt, am Freitag dann der Versuch nach oben zu kommen, wir haben allerdings hier noch ein offenes Gap, das muss geschlossen werden und sofern es geschlossen wird, das sieht man hier, gibt es keine Marken mehr, bis zum Allzeithoch. Ja, und oberhalb des Allzeithochs haben wir hier noch das Descending Broadening Wedge aus dem Stundencharter 4, das hat sein Ziel bei 27.472 und danach würde dann auch diese ISKS zwei Schultern auf beiden Seiten, hier Stummelschultern, bullische Stummelschultern, dann würden diese Ziele tatsächlich erreichbar sein und auch hier würden wir dann mit FIBO-Extensionen arbeiten, also einmal die 123er und die 138er und das würde dann im kleinen Bereich einen Zielkorridor ergeben, sofern es über das Allzeithoch gibt von 27.965 nach 28.189, das wäre der nächste Zielbereich, den wir identifizieren könnten. Das bedeutet eigentlich in diesem Bereich, auch wenn der groß ist, 26.277 zu 26.952, in diesem Bereich ist nicht viel. Da haben wir auch hier eine mögliche Keilbewegung, die aber auch auf diese Marke Allzeithoch deutet, aber hier kann er sich tatsächlich, wie er es ja auch tut, tümmeln. Wichtig wird eben Allzeithoch und nach unten das Hoch-November und gegebenenfalls dann eben auch die rote 50 SMA und die Hochdezember-Marke, denn das sind ja die Marken gewesen, wo es dann im Dow Jones kräftig auf den Kopf gab. Nasdaq, auch da haben wir es mit einem Keil zu tun, hier haben wir das Descending Broadening Wedge, 1, 2, 3, 4, 5, ein sauberer Ausbruch mit dieser Kerze, am 29. Januar sogar nochmal ein schöner Rückversicherer an der oberen Trendlinie und seitdem geht es eben nach oben. Das alte Allzeithoch, 7700, ist überschritten und das Ziel dieses Descending Broadening Wedges wartet bei 8164, das sind 83% der größten inneren Höhe. Die Zone aus Hoch-November und Hochdezember, wo der Dow Jones ja irgendwo so in diesem Bereich noch herum arbeitet, die ist lange unterschritten und insofern ist jetzt die einzige Mob-Marke, die man in der Nasdaq nehmen kann, eben die 7700 und wird die 7700 nicht mehr unterschritten, was ganz interessant werden könnte, denn wir haben eben eine Keilformation hier, das heißt in dem Moment, wo die 7700 unterschritten wird, wird auch der Keil nach unten verlassen und bei so einer Keilgeschichte, wenn wir da mal die größte innere Höhe des Keils nehmen, dann würden wir mit größter Wahrscheinlichkeit diesen Bereich backtesten. Und ansonsten geht es eben Richtung Extensionen und Zielen dieses Broadening Wedges. Schauen wir uns noch ein paar Aktien an. Zunächst einmal die Wirecard. Ja, die hat ein Inside-Day gebastelt, das heißt, die Hoch- und Tiefmarken vom Donnerstag werden dadurch zu Triggermarken. Das dürfte so im Bereich 140 zu 125 liegen. Das muss man warten, wie sich das auflöst. Diese langlaufende Trendlinie hier wird die nächste begrenzende Marke sein, sofern es gelingt, hier über das 61er auszubrechen. Das ist ja hier am Mittwoch und am Donnerstag versucht worden, hat aber nicht geklappt und der Ausbruchsversuch nach unten am 50er ebenfalls nicht, das heißt, die Kerzenkörper befinden sich alle zwischen dem 50er und dem 61er Retracement und das ist eben auch das Spielfeld, das sind beides wichtige Fibu-Marken. Ja, oberhalb des 61.8 Retracements bei 138,34 wird eben diese langlaufende Trendlinie Ziel, die liegt am Montag bei 145, danach dann die fallende Linie vom Top 199 und natürlich das 76er Retracement. Ja, und nach unten muss man mal schauen, also unter das 38er sollte es jetzt möglichst nicht mehr laufen und wenn wir kurz nochmal in die Woche reinschauen, da muss ich allerdings mal auf logarithmisch umschalten, da haben wir wieder eine wunderbare Trendlinie, die gehalten hat, die auch noch nicht wieder getestet wurde, aber hier müssen wir noch einmal kurz die Fibus umdrehen. Aus dieser Sicht eben zum Tief, also 199 runter nach 85,38 ist hier die 50%-Marke wichtig, also 142. Oberhalb dieser Marke dann die 155 und wenn die 155,60 überschritten wird, dann spräche eigentlich nichts dagegen, dass die Wirecard ihren Weg wieder nach oben macht. Hier unten, das sehen wir jetzt in diesem Bereich, also der Mindesterholung einiges gehakel gegeben und das heißt eigentlich dann auch die 112 sollte fortan, wenn sich diese Bewegung fortsetzt, tabu sein. Ja, viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen, also nach oben, die 142,19 muss gebrochen werden, das ist in dieser Woche auch fast punktgenau das Hoch gewesen. Sangamo wollte jemand nochmal besprochen wissen, ja, das ist die große Strecke 27,45 runter zum Tief 6,27 wir haben hier einen Keil und ich habe das hier nochmal mit Ellipsen gemarkert, die 12,79 ist wichtig, da sind wir drüber gewesen, dann hat es hier einige Tage lang an der Marke gehakelt gegeben, hier ist fast die Mindesterholung wieder angelaufen worden, 11,27 und insofern die Musik spielt jetzt zwischen 11,27 und 14,36 und natürlich als Mittler, als Ampel die 12,79 das ist eine wichtige Marke, die ist so oft fast punktgenau angelaufen worden und hat eben über den Fortgang der Sache entschieden, das heißt die 12,79 ist und bleibt wichtig und ansonsten wenn dieser fallende sich verjüngende Keil dann tatsächlich weiter ausspielt, dann haben wir also Potenzial mindestens zum Hoch dieses Keils bei 19,36 und gegebenenfalls auch höher und wenn wir hier in den Wochenchart schauen da sieht das dann eigentlich noch ein bisschen schöner aus dieses 61er Retracement der Strecke 2,65 das ist das Tief hier unten gewesen zum Hoch 27,43 wenn wir hier drüber kommen also die 12,11 das passt ja auch ganz gut zu der 12,76 aus dem Tageschart wenn wir hier drüber kommen dann würde ich das hier zumindest aus Wochensicht als eine Art Bullenflagge betrachten wollen das heißt hier sind vielleicht die Marktteilnehmer reingegangen die dieses große Gap Up verpasst haben das heißt hier haben dann möglicherweise Shorts entsprechend eingedeckt und sich mit Longs versorgt das heißt wenn wir hier ausbrechen das könnte so im Bereich 12,60 der Fall sein dann ist durchaus möglich dass wir einen zweiten Schub kriegen dieser Keil selbst dieser Keil selbst der führt nach 25,80 sofern er sich regelkonform nach oben auflöst ja und unter der 12,11 also unter dieser Fibomarke müssen wir eben einfach schauen dass entweder die Oberseite dieses Keils hält aber das wird wenn wir das über ein paar Tage sehen wird das an das 76er führen und da darf man um Gottes Willen nicht mehr darunter weil ja dann dann wäre das sehr enttäuschend sagen wir es so aber hier muss man eben einfach ein bisschen Geduld und Spucke mitbringen und auch mit weiteren Stops arbeiten das ist in diesem Bereich durchaus auch üblich große Swings sehen wir das funktioniert eben zur Oberseite und auch zur Unterseite aber die letzten Testresultate die wir bei Sangamo gesehen haben die waren ja zumindest erfreulich so will ich es mal nennen ja als letzten Chart heute schauen wir mal Tesla an da habe ich vor weiß ich gar nicht irgendwo hier in diesem Bereich ja das muss im Februar Anfang März gewesen sein habe ich ja diese mögliche Wolf Wave eingezeichnet und habe eben auch gesagt dass das Ziel deutlich tiefer ist ja und das hat eigentlich recht gut gepasst wie man sieht das heißt wir haben hier die 1 die 2 die 3 die 4 und wir haben am Freitag wunderschön aufgesetzt und diese Marke ist ja hier im Tageschart auch schon etwas länger drin das 61er Retracement 232 das können wir uns mal kurz angucken das ist hier der Wochenchart da ist die 232 26 das 61er Retracement ja nun wird sich zeigen ob das die letzte Ausfahrt der Bullen ist in diesem Fall weil das war ja eine Anstiegsstrecke die hier lange über viele viele Wochen in einer recht engen Range verlief oder ob das 61er gebrochen wird wenn es gebrochen wird wäre hier die letzte Ausfahrt die 195 und wenn wir mal zurückschauen in den Tag die 195 die liegt hier so im Bereich des Überschussbereiches also dieser Überschussbereich ist ja die Kopie der oberen Trendlinie an den Punkt 3 dort angelegt und das kann durchaus haben wir auch im DAX gesehen bei der bärischen Wolfowave also wo der Keil steigt das kann auch durchaus hier mal unterschießen das was eigentlich interessant ist irgendwann wenn das denn eine Wolfowave bleibt und der Kurs jetzt nicht wirklich extrem absäuft die hat ja bis zum Apexpunkt noch viel Zeit diese mögliche Wolfowave es würde bedeuten eigentlich dass hier unten irgendwann die Sache eindreht und deutlichst wieder nach oben läuft was dazu führen kann weiß ich nicht Elon Musk steht im Moment eben als CEO ziemlich unter Feuer und es gibt glaube ich auch logistisch große Probleme in diesem Laden hilfsweise sofern sich das eben nicht als eine Wolfowave entpuppt die irgendwo in diesem Bereich wieder nach oben zieht muss man dann tatsächlich auch so konsequent sein und sagen wir wissen aus Erfahrung dass Seitwärtsphasen die sich auflösen in der Regel ihre innere Höhe nach oben oder nach unten abarbeiten und wenn wir das mal tun und diese Range kopieren und nach unten ansetzen dann sind auch 110 realistisch das wäre also ausgehend von diesem Schlusskurs noch eine Halbierung natürlich nicht innerhalb von zwei drei Tagen aber das könnte ein mögliches Szenario sein auf das man als Investor vorbereitet sein muss ansonsten haben wir ja hilfsweise hier noch ein Tief im Bereich 178 aber ja schauen wir mal das Ganze wird mit Sicherheit News getrieben sein und für den Montag Dienstag kommender Woche auf die 232 achten das 61 Retracement das heißt ein Tagesschluss unterhalb dieser Marke ist ein klares Warnzeichen und nicht dann ein Kauf sondern dann ist erstmal abwarten und möglicherweise auch absichern angesagt ja sonst gibt es viel nicht zu sagen ach doch eine Sache wollte ich noch zeigen wir haben ab Montag bei uns ein neues Widget im Blog sogenannte RRTracks meine Herren RRTracks die sind programmiert worden wir passen das noch ein bisschen an das sind Hinweisgeber wo man Short gehen kann oder sollte und wo man Long gehen kann oder sollte das Ganze damit in diesem doch etwas einseitigen eintönigen Markt auch ein bisschen Spaß da ist das Ganze gibt es bei uns in verschiedensten Zeiteinheiten das heißt ab Montag verfügbar im Minutenchart M5 M15 M30 im Stundenchart H1 H4 und im Tageschart und die RRTracks sofern man sie dann bei uns aktiviert und das Lautsprechersymbol klickt geben dann auch ein Ton von sich wenn so ein Setup kommt ja und ansonsten ich würde mich freuen wenn einige von euch die Interesse daran haben täglich einen Ausblick zu lesen den Laser Stream buchen der kostet 14,99€ im Monat also 50 Cent am Tag und wer mit uns gemeinsam traden und lernen möchte der kommt in den Premium Block der kostet 39€ im Monat und wer diese Ausblicke nicht verpassen will der aktiviert oder bucht uns auf Facebook oder auch auf YouTube und dann hört er regelmäßig von mir oder auch von uns gut ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende bis zum nächsten Mal und viel Spaß viel Glück und auf die Keile achten Tschüss Tschüss